hallo leute ja wir wollen uns dieses mal um diese industriegebäude hier kümmern was den sand verarbeitet oder sand braucht und ja da werden wir schauen wie wir dahin kommen werden letztes mal schon mal kurz reingeguckt aber ja die schwierigkeit dass hier das nicht angebunden ist mal gucken dass wir da irgendwie eine möglichkeit des transportes schaffen hier schauts logo und dann gehen wir mal ein großbildschirm so dann mal gucken kriege ich das denn ja also hier ist der nächste bahnhof wir das nebengleis ist da schon für lkws sieht so aus das heißt wir müssen eigentlich hier nur auch so ein lieferort machen das ist hier straßendepot terminal ja und das eigentlich nur so dahin oder zack passt und dann müssen wir hier sand anliefern da werden zurzeit irgendwelche bretter gemacht oder sowas oder was ist das hier holzrahmen werden gemacht und wir brauchen aber sand und wir sind in der pause sehe ich gerade so der sand muss jetzt dahin dafür brauchen wir ein fahrzeug karte mal wieder so diagonal gedreht und hier der ist in der garage ok aber den brauche jetzt nicht ich brauche ein versand und das ist der jener sieht man jetzt nicht kaufen auswählen halt hinzufügen da laden halt hinzufügen da entladen speichern als sonst so wie es zwei ok und fahren und der fährt jetzt schon mal und jetzt brauchen wir noch einen zug der den sand dahin bringt ok der kommt von hier jetzt nur die frage er fährt sand zum beispiel das ist hier und wo bringt er das hin nach hier wäre es oben ok und wo war unser stelle da ist es ok das heißt dann sollte man den sand von hier holen ok warte mal dann müssen wir den lkw noch mal mit der linie ändern sind so wie es bearbeiten das war wir bis zwei das heißt den müssen wir löschen halt hinzufügen ist dann der da muss man laden und dann ist das ok dann sollte das jetzt klappen sogar dann geht das ja noch besser wenn das hier schon hingebracht wird in der region aber hier haben wir jetzt keine lagerstädter die müssen wir noch hinzufügen ein lagerhaus das ist hier ne lagerhäuser ja großes lagerhaus und das müsste dann ja wie es hier sitzt ist glaube ich egal passt sogar hier so ein dann würde ich das auch so machen und dann auch das hier den sand läuft oder so jetzt ist die frage wann kommt der sand da angefahren hier ist er noch nicht er kam von da hinten da ist er schon oder ja der wird dahin gebracht und wer nimmt denn da ab ist jetzt wahrscheinlich noch gar keiner oder sah auf jeden fall so aus ne logistik ist nur da fahrzeug ist umrandtage ja das haben wir schon immer wert ne letztes mal hatte ich noch hier auf dem schild gesehen insolvenz vermieden aber da war noch insolvenz vermieden neue verkaufsstelle holzbretter da die ist noch nicht angebunden ne die müssten wir vielleicht noch mal anbinden logistik ist sogar hier reubach westen dingens und da fährt natürlich keiner hin aber das könnten wir ändern ne da müssten bretter hin von wo kommen denn die bretter am idealsten Baumarkt ist das wir kommen hier mit brettern eigentlich rein gefahren oder da sind auch bretter vielleicht dann würde ich jetzt fast sagen kann man doch ein lkw da auch hinschicken hinschicken nach reubach west da kaufen wir einen lkw der die bretter kann kaufen wählen den aus fahren den hierhin fahrzeug halt hinzufügen dort laden und entladen hier also warte dann müssen wir noch hinzufügen hier entladen speichern als holzbretter zu heubach west passt so und dann müsste das rein theoretisch laufen warte mal ne warte mal wir haben jetzt glaube noch hier das fahrzeug da sind ja ganz viele holzbretter zu heubach west das war es details und da können wir mal schon mal hier die bretter machen wenn das auf jeden fall klappt ne und da hinten ich weiß nicht was der jetzt hier nachher annimmt der hier hin fährt ist er das der fährt nämlich jetzt hier irgendwas durch die gegen wo ich sage alter das brauchst du doch gar nicht fahren ne wir müssen den haben der fährt nämlich uns jetzt hier die schöne erde durch die gegen die kein mensch da brauche so jetzt sollte das passen und jetzt müsste ja auch gleich der zug hier der hier rechts ist müsste das vorbeibringen das läuft auch so logistik ok hier sind fünf teile drinnen und da ist nichts drin das kommt jetzt aber ne mal gerade schneller erstmal ganz schnell laufen der entlädt und ist jetzt weg der soll leer glaube gut jetzt ist dann die frage wann er dieses schafft darüber zu bringen und ob der einzug reicht da bringt er das jetzt ne da sind die holzbretter angekommen sehr schön hier passiert aber noch nichts wo ist denn der wagen fällt da und mal wieder langsamer details er soll sand fahren klappt das nicht ne das klappt nicht und warum klappt das nicht wo das lagerhaus an der falschen stelle wahrscheinlich sitzt ne ja super dann muss man das ändern industrie ja war mal schon lagerhaus neues lagerhaus bauen ne schnell sand ist das hier der sandzug nein zum glück nicht so der ist verbunden mit da und der ist verbunden mit hier ich hoffe dass der jetzt auch verbunden mit dem ist dann und am ende das funktioniert so wo ist er da ist er mach die mal alle zu mach mal ein stück schneller bitte und gucken wir mal ob der jetzt lädt ne der lädt leider nicht das ist jetzt schade ne da kommt der sandzug warte mal nicht jetzt machen wir das mal gerade anders und sagen weiß ich nicht na doch weiß ich schon lass mal schnell was ändern mach mal kohle da rein weil wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten dann hätte der nämlich jetzt nicht da rein geliefert glaube der ist auf jeden fall voll und sollte jetzt hier rein liefern oder ja macht er auch so ach die logistik ist das ne leider ist dieses hier nur am bahnhof angebunden aber nicht an dem da könnte ich das jetzt um bewegen so ist das hier unser richtiger ne ist er nicht ah hier der hat schon die erste fuhrer geholt alles klar dann dürften ja jetzt hier nur 43 drin sein anstatt 48 genau so ist es hat also funktioniert wir beliefern so jetzt ist aber noch die frage wie kann ich dieses hier verschieben kann ich es verschieben wahrscheinlich nur auf und abreißen verbundene gebäude dann an dieses gebäude ausgeben kann man das machen und da ist ja sowieso umgestellt brauchen wir also nicht brauchen wir nicht kannst du vergessen ja ich lass es jetzt stehen weil wir ja da ja ich glaube es passt schon so gut was haben wir hier wer geht insolvenz ist bankrott gegangen ok ich weiß nicht was es war leider sieht man das nicht mehr fahrzeug ist unrentabel weiß ich jetzt auch nicht wer das ist passiert halt ne so was ist hier mit dem hier schrecklich ist aber wohl was da hingebracht wird können wir also so lassen hier sieht es was das hier ok der preis wird niedriger sein ist halt so gut ja sind wir soweit erstmal das sieht hier erstmal gut aus in dem örtchen hier sehe ich jetzt auch nichts schlimmes ja die kupferspulen haben wir nicht die werden bankrott gehen kupferkabel sind es kupferverhütten tun wir kabelmetallverarbeitung ok die haben wir doch aber eigentlich auch elektronik produktion müssen wir dann haben wo ist die hier hier weiß keiner ne dampfmaschine ok da kann man dann auch züge machen da müssten wir mal weiter hier dampfmaschine 2 vielleicht forschen damit wir andere züge kriegen das ist unser problem ich warte immer darauf dass hier neue züge erscheinen vom zeitalter her aber die muss man erst erforschen was macht denn hier unser forschungslabor betonherstellung machen die ok da läuft aber wohl was aber wir haben ja zwei ne wo ist das zweite hier und da ist die glasherstellung gesagt ne glasscheibe holzbearbeitung 2 ist das ok und das ist betonherstellung läuft wahrscheinlich beides noch ne lass uns mal gerade gucken hier logistik glascheiben kommen da an bretter kommen da an ist aber nichts da und da kommt halt das hier an kies jetzt müssen wir noch die fahrzeuge gucken die da ankommen was bringen die vorbei wer bringt stahlbarren vorbei stahlbarren braucht hier jetzt gerade keiner glaube ne da eisenbahn zu müllerich stadt anbauer ja das ist schon mal schlecht die müssen da überhaupt nicht hin mal hier drauf dann das läuft gut 43 ist keiner drauf entfernen wir die doch mal rote rote das ist die glaube ne ja da sind drei fahrzeuge drauf aber was war das jetzt hier also die route 60 läuft die hier sand zu müllerich stadt anbauen ne das brauchen wir nicht das können wir mal entfernen ja so dann haben wir hier eisenerz zu müllerich stadt brauchen wir nicht können wir auch entfernen den eisenbahn zu müllerich stadt können wir auch entfernen brauchen wir auch nicht so wir müssen jetzt holzbretter hier irgendwie hinkriegen und glas jetzt eisenbahn liefert die tatsächlich hier irgendwie noch ab ne weiß nicht wo das lager dafür ist ach da ist eine firma die habe ich jetzt nicht wartet okay dann kann das so bleiben eisenbahn ist noch richtig logistik nochmal ja ok die eisenbahn das labor hier nochmal das labor und die lager passt das kann so bleiben dann so jetzt müssen wir aber definitiv glasscheiben und holz hier hin haben holz war ja hier ne das heißt einfach ein fahrzeug einsetzen was kann der hier transportieren ach der kann glasscheiben transportieren ne und von wo holen wir die glasscheiben die waren hier hinten irgendwo gebastelt oder ah die straße ist nicht weit weg von da ne nö dann könnten wir das hier eigentlich machen oder lass uns mal hier ein lager bauen das muss ja nicht mit dem zug dahin äh nicht ein lager nennen dann sag schon straßendepot ein terminal dann können wir ja so machen oder wenn es da ist sind die lager nicht drinnen wenn ich das einmal umdrehe und so machen sind die lager leider auch nicht drinnen machen wir besser hier so hin und dann noch ein stück straße gebaut passt jetzt können wir dieses auto bearbeiten das weg das weg halt hinzufügen wo war das jetzt hier laden halt hinzufügen war am labor da entladen ok gut ist das bearbeitet 70 passt starten auto fährt so und dann brauchen wir noch bretter ne fahrzeug kaufen das haben wir kaufen fahrzeug alt hinzufügen ist der laden und halt hinzufügen ist der entladen holster jetzt zur melrichstadt ist passend kann starten so das sollte dann funktionieren oder das lager haben wir dafür und läuft ja sieht erstmal gut aus ich glaube das müsste funktionieren so so was ich dann noch sehen würde ist dass wir jetzt den wenn dies hier irgendwas durch ist das soll mit der forschung dann mal gucken nach fahrzeugen gucken dass wir die mal kriegen ok wie ging das mit der forschung wo kann ich die sehen hier sehe ich nur das aber das will ich ja nicht sehen ich will ja diesen forschungszweig nochmal sehen ne wie habe ich das denn letztens geschafft achso ich glaube hier ne oder holzbearbeitung 2 ist das die machen dann die schränke und machen dann hier die schreinerei verbrennungsmotor da gibt es dann bessere lkw ne da gibt es dann noch einen dieselmotor ja da müssen wir auf jeden fall als nächstes dann dran dass wir fahrzeuge kriegen ne ja gut ok dann würde ich erstmal sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn wir das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch kein aber macht 1 falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao abne 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 ab Vielen Dank.